So, ich habe jetzt mal beide Fahnen im Arm. Die beiden Regenbogenfahnen. Da ich die bestellt habe, konnte man auch eine Bewertung abgeben. Und da habe ich tatsächlich einfach mal hingeschrieben. Was soll ich geschrieben? Fahnen zum Liebhaben. Ich habe mit zwei Fahnen 500x300 bestellt. Das Material ist schön zart und weich. Habe ich als Bewertung geschrieben. Den Link kann ich, setze ich auch nochmal in die Beschreibung. Wer ist eigentlich? Kuscheln. 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 При Five-Kuscheln. Das Sonderwasser ist natürlich noch einmal höher. Kuscheln. Kuscheln. Der ist noch mal ein bisschen mehr koskaß. Die Vorausschuss pressen sich selbst. Vielen Dank. Was ich jetzt noch ganz gerne hätte, wäre die Transgender-Fahne, also auch so groß, fünf Meter mal drei Meter. Aber ich habe das noch nicht gefunden. Naja gut, das sollte es erst mal gewesen sein. Drei Minuten sollte reichen.